Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu meinem Duft des Tages. Heute geht es um meinen Lieblings-Office-Duft aktuell und das ist der Vityas von Pernois. Und wie du hier auf der Rückseite sehen kannst, ist das ein Duft, der mit mineralischen Noten arbeitet. Der hat frische Noten, mineralische Noten, ein bisschen Angelika-Wurzel und Moschus und wirkt deshalb extrem ausgefallen. Er hat ein schönes pfeffriges Opening, also schöne Pfeffernoten am Anfang und dann im weiteren Verlauf wird er einfach wunderbar mineralisch, frisch, zitrisch. Ist ein Extrade Parfum, hält übertrieben gut für einen frischen Duft, das muss man auch dazu sagen und ist seit langem der kreativste frische Duft, den ich persönlich gerochen habe. Man riecht einfach die Qualität raus und deshalb, falls du einen Office-Duft suchst, ist das ja auf jeden Fall eine geile Geschichte. Gibt es auch bei mir im Shop, also schau gerne mal vorbei, der Vityas von Pernois, mein persönlicher Duft des Tages.